Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 90 auf. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und Freie Demokraten 30 Jahre Deutsche Einheit Fraktion der AfD hat eine getrennte Abstimmung beantragt. Die Nummern 1, 2, 4, 5 und 6 sollen zunächst abgestimmt werden. Wer diesen Positionen 1, 2, 4 und 5 und 6 zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, FDP. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Walter. Die Positionen 3 und 7. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, FDP. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich? Frau Kollegin Walter und die Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Vielen Dank.